Hallo und herzlich willkommen beim Mutige Stimmen Podcast, dem Podcast für Menschen mit Multiple Sklerose, die mit ihrer Krankheit frei, selbstbestimmt und unabhängig leben wollen. Ich bin Samira, ich freue mich mega, dass du heute eingeschaltet hast. Hinter diesem Podcast-Projekt steht mein gesamtes Projekt chronisch fabelhaft und ich freue mich sehr, wenn du mal vorbeischaust auf meinem Blog, denn es gibt ein ganz, ganz tolles neues Angebot und zwar mein Meeting Myself Online-Programm. Das ist ein einmonatiges Programm, in dem du selber lernen kannst, wie du wirklich in die Selbstwirksamkeit kommst, wie du lernst, Grenzen zu setzen und ja, wie du dir die richtigen Fragen stellst, denn oftmals kriegen wir natürlich auch bessere Antworten, wenn wir uns selber die richtigen Fragen stellen. Du findest alles zu diesem Angebot auf meiner Website chronisch-fabelhaft.de und ich biete auch nach wie vor 1 zu 1 Betreuung an. Ich bin psychologische Beraterin, das heißt, wenn du dich dafür interessierst, einfach wirklich wieder dein Leben selbst in die Hand zu nehmen, wenn du dich dafür interessierst, besser mit der MS klarzukommen und einfach dir wieder ein bisschen mehr Boden unter den Füßen wünschst, ein bisschen Support wünschst, dann freue ich mich total von dir zu hören. Das erste Gespräch ist komplett kostenlos und den Link für das erste Gespräch findest du hier in der Bio oder natürlich auch auf meiner Seite chronisch-fabelhaft.de. Ich möchte mich auch noch ganz doll bedanken an dieser Stelle für euer wunderbares Feedback zu meinem Podcast. Mir hilft es total doll, wenn du mir eine Rezension hinterlässt auf Apple oder auf Spotify oder auch gerne einen Kommentar auf YouTube, falls du dort diesen Podcast siehst. Und das war es auch schon an dieser Stelle mit dem Intro. Dann würde ich sagen, lass uns direkt in die Folge starten. Ganz viel Spaß! Hallo und willkommen zum Mutige Stimmen Podcast. Ich freue mich total, dass ihr eingeschaltet habt und vor allem freue ich mich über unseren heutigen Gast. Zu Gast im Mutige Stimmen Podcast ist heute Martin Huber vom Klinik Kompass. Das ist eine Website, die darüber aufklärt, wie man möglichst gut sich in dem Krankenhausumfeld bewegt. Und wir Menschen mit MS, früher oder später, werden wir wahrscheinlich alle mal im Krankenhaus sein. Und deswegen freue ich mich unglaublich, dass du dir die Zeit genommen hast, Martin, als Experte fürs Krankenhaus und nicht nur das. Und wir werden heute darüber sprechen, wie es sich eben möglichst gut im Krankenhaus sein lässt, wie man möglichst gut die Zeit im Krankenhaus überbrückt. Schön, dass du da bist, Martin. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Samira, für die Einladung. Möchtest du einmal dem Publikum vorstellen, für die, die dich nicht kennen, wer bist du? Was hat dich vielleicht auch auf diesen Weg geführt? Du arbeitest ja auch selbst quasi als Lehrer im Gesundheitswesen, sage ich mal, aber du hast ja auch Erfahrungen als Patient. Also erzähl doch gerne mal, wie war da dein eigener Weg und was ist klinikkompass.de genau? Okay, also wie du schon gesagt hast, bin ich Berufsschullehrer in der Pflegeausbildung und auch Gesundheits- und Krankenpfleger und ich habe immer gedacht, viele Kliniken kenne ich von innen und kenne ich gut aus und dann wurde mir die Diagnose Kopftumor gestellt und diese Erfahrung hat mich einfach geprägt. Da war ich total überfordert, hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen und ich bin ins Krankenhaus gekommen, habe nicht gewusst, wie ich die OP überlebe, ob ich sie überhaupt überlebe, habe viele Ängste gehabt und das hat mich einfach geprägt. habe ich mir gedacht, wenn es mir so geht, obwohl ich viele Kliniken von ihnen gesehen habe, wie geht es an den Menschen, die keinen Bezug zum Krankenhaus haben, wenn die ins Krankenhaus gehen und das war dann so die Idee, eine Plattform zu entwickeln für Patienten, von Patienten für Patienten. auch verständlich und bin da jetzt auch aktiv mit Vorträgen bei Sozialverbänden oder Selbsthilfegruppen und biete in Kooperation mit der Volkshochschule und mit dem Ortenau-Klinikum in Offenburg einen Krankenhausvorbereitungskurs an, aber auch so Vorträge so in Richtung Krankenhaus ABC. Genau, so allgemeine Tipps und Infos für den Krankenhausaufenthalt. Ja, also vielen Dank an der Stelle auch für diese wichtige Arbeit. Ich glaube, wir alle kennen dieses, ja, irgendwie ausgeliefert sein, dieses plötzlich im Gesundheitssystem als Patient drinhängen. Wann war das deine Krebsdiagnose und also wie viele Jahre Erfahrung hattest du davor schon, sage ich mal, als Nicht-Patient in dem Bereich und dann als Patient eben? Also für mich war ja das Thema Patientenperspektive immer wichtig, ja, und deswegen haben wir auch schon in der Ausbildung immer wieder zu Themen, wie erreichen wir Patienten, zu dieser Perspektivenwechsel Krankheit nicht zu sehen, sondern auch krank sein. Ich bin seit, ich würde jetzt mal sagen 1999, habe ich angefangen zu studieren in Freiburg an der Hochschule Pflegepädagogik. Seitdem bin ich in der Pflegeausbildung und 2018 habe ich dann die Diagnose Kopftumor gestellt bekommen. Genau, ja. Das ist wahrscheinlich, also das habe ich vor allem auch von meinen Freunden und Freundinnen gehört, die eine Krebserkrankung hatten, ja, wie man plötzlich in dieser Maschine drin ist, die dann so losgeht, ne, und man hängt da einfach so drin und das geht irgendwie los um einen herum. Ja, ja. Das auf jeden Fall. Also und das war für mich natürlich auch eine Erfahrung, wo ich gedacht habe, was geht da auf einmal ab, ja. Wir schauen uns heute in der Podcast-Folge so ein bisschen die verschiedenen, sage ich mal, Bereiche und ja auch Herausforderungen an, die uns im Krankenhaus als Patientin begegnen. Und mit der ersten Räumlichkeit, mit der ich gerne anfangen würde, ist die Notaufnahme. Ähm, wie macht man es richtig, wann geht man in eine Notaufnahme, wie verhalte ich mich als Patientin in einer Notaufnahme und lass uns die ganzen Sachen ruhig auf die MS beziehen, ne. Also ich sage mal so, man landet mit MS meistens in einer Notaufnahme, wenn man irgendwie einen Schub hat und der Neurologe sagt, geh in die Notaufnahme und lass dich im Krankenhaus aufnehmen. So war das zumindest bei mir. Wie kann ich mich da richtig verhalten, wenn ich Hilfe brauche? Also letztendlich ist ja so, so dieses, wenn ich weiß, ich habe MS und ein Schub kann immer auftreten, dass man sich im Vorfeld schon zu Hause alles richtet, ob jetzt Tasche oder die Krankenunterlagen und so weiter oder auch, es gibt ja diesen bundeseinheitlichen Medikationsplan, weiß nicht, hast du von dem schon mal gehört? Nee, erzähl mal. Also jeder, also ich kann mir vorstellen, also wenn man MS hat, dann muss man ja viele Medikamente einnehmen, das sind ja bestimmt mehr als drei. Das ist von Patient zu Patient ganz unterschiedlich. Genau. Manche nehmen auch gar nichts. Wenn man jetzt mehr als drei Medikamente einnimmt, dann hat man das Recht, dass der Hausarzt oder der Facharzt auch einen Medikationsplan erstellt, wo alle Medikamente abgebildet sind, auch mit Wirkung, Nebenwirkung, wie sie eingenommen werden, warum sie eingenommen werden und auch wenn man andere Medikamente nimmt oder Nahrungsergänzungsmittel und so weiter, wäre auch wichtig, dass man das erwähnt, die Einfluss haben auf die Medikation und wenn man da schon das als Vorbereitung hat, dann kann man ja auch, wenn man dann weiß, man muss in die Notaufnahme, kann man mit einem besseren Gefühl dann ins Krankenhaus gehen. Der Hausarzt erstellt mir diesen Medikationsplan. Genau. Oder der Neurologe, also jeder Arzt hat Zugriff auf den Medikationsplan, der kann als Ausdruck zur Verfügung gestellt werden oder eben über die Krankenkassenkarte. Ja. Auch digital. Man glaubt es ja kaum digital. Wahnsinn. Ja, da hoffe ich, dass es auch nochmal einen Schub gibt durch das E-Rezept, was ja jetzt einigermaßen gut angelaufen ist oder jetzt durch die elektronische Patientenakte, die dann im nächsten Jahr kommen soll. Ja, hoffen wir. Hoffen wir. Das heißt, ich gehe in die Notaufnahme, ich bin vorbereitet, weil ich habe fürs Krankenhaus gepackt, was genau man da einpackt, da gehen wir auch noch drauf ein in der Podcast-Folge. Ich habe diesen Medikationsplan und ich vermute, ich habe einen MS-Schub und mein Arzt vermutet auch, ich habe einen MS-Schub. Was mache ich dann? Ich gehe in die Notaufnahme. Also, was natürlich jetzt wichtig ist, da im Vorfeld schon, ist immer so eine Herausforderung, inwieweit jetzt die in der Notaufnahme, wenn man in welche Klinik man geht, ob die da entsprechend drauf vorbereitet sind. Da aber dann gleich zu sagen, ich habe MS, ich nehme die und die Medikamente ein, dass da entsprechend auch ein Rahmen geschaffen werden kann, eine Atmosphäre geschaffen werden kann, dass die Medikamente dann auch, die im Notfall gegeben werden, auch sofort gegeben werden können. Naja, es ist ja meistens so, dass man beim MS, also ich sage mal so Kortison, ob man das jetzt eine Stunde früher oder später kommt, ist meistens nicht, also ich sage mal Leben und Tod hängt davon jetzt nicht ab. Es geht mir, glaube ich, eher so ein bisschen darum, wenn ich da ankomme, also es ist ja letztendlich kein Notfall, weil ich habe keine stark blutende Wunde, ich habe keine Atemnot, aber bin ich in der Notaufnahme dann richtig dennoch? Also tatsächlich ist es gut, dass du das ansprichst. Wenn es jetzt darum geht, weiß ich jetzt nicht, wie der Neurologe da reagiert, ob er nicht eher sagt, man sollte jetzt schon auf die neurologische Station gehen. Und letztendlich ist ja die Notaufnahme immer ein Ort, das ist viel Aufregung, da ist viel Stress und so weiter und das kann ja sogar noch den Schub verstärken. Okay, also dass man eher probiert, statt über die Notaufnahme eher über eine normale Einweisung zu gehen. Ich würde dann anrufen bei der neurologischen Station und probieren, dann da einen Aufnahmetermin zu kriegen. Das wäre dann eher die Art und Weise, wie du es empfehlen würdest. Ja. Und wenn ich dann da anrufe auf der Station, sage ich, ich habe einen MS-Schub, wie schnell kriege ich denn dann da überhaupt ein Bett? Also das kann ich jetzt natürlich, bevor ich jetzt da was Falsches sage, gebe ich ganz offen zu, wie realistisch das jetzt ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, eine neurologische Klinik, die erkennt die Situation und kann dann entsprechend einschätzen, dass dann auch schnellstmöglich geholfen wird. Ja, weil Tage und Tage sollten wir jetzt auch nicht mehr warten dann, also ein, zwei Tage. Also ich sehe das jetzt so, dass es da natürlich auch darum geht, eine Fachklinik, dass es da wirklich darum geht, bei der Krankenhaussuche wirklich zu recherchieren oder der Neurologe oder der Hausarzt sollte da natürlich auch gut unterstützen können, welche Klinik ja für euch geeignet ist. Gut, die meisten Kliniken haben ja eine Neurologiestation. Also ich war auch nie in Fachkliniken, sondern die Male, die ich im Krankenhaus war, war ich dann immer an großen Universitätskrankenhäusern, die dann eben auch eine Neurologieabteilung haben. Aber es gibt natürlich auch Kliniken, spezielle MS-Kliniken oder die sich auf neurologische Themen spezialisiert haben. Also das wäre dann vielleicht eine Idee, nach so einer Klinik zu suchen, sich eine Überweisung zu holen von seinem Neurologen oder eine Einweisung ist das ja dann. Okay, dann sagen wir mal, ich habe da angerufen, die sagen, okay, ja, kommen Sie morgen um acht zur Aufnahme auf die Station. Wie geht mein Weg dann weiter? Wo melde ich mich überhaupt an im Krankenhaus? Wie komme ich auf meine Station? Wie orientiere ich mich? Also das ist ganz unterschiedlich geregelt. Weil meistens ist es so, da gibt es eine Patientenaufnahme am Empfang und da werden die Personalien aufgenommen. Mittlerweile gibt es auch Möglichkeiten, dass man jetzt nicht so lange warten muss, dass im Vorfeld schon über digitalen Wege die Aufnahme organisiert wird, dass man was ausfüllt, das wird dann übermittelt. Und wenn man dann angekommen ist, dann wird man darauf hingewiesen, auf die und die Station und da gibt es ja auch Möglichkeiten, was ich echt super finde, dass es manche Kliniken gibt, die haben so Patientenlotsen, also ehrenamtliche Menschen, die dann Patienten von der Aufnahme auf Station begleiten. Also weil ja viele Kliniken ja sehr unübersichtlich sind, so wie so ein Schummel, wo man da erstmal schauen muss, so verwinkelt, wohin geht es und da finde ich solche Begleiter sehr hilfreich. Und wie geht es dann weiter, wenn ich dann auf meiner Station ankomme? Wie ist dann, ich sag mal, du kannst natürlich nicht für jede Station sprechen, aber du hast sicherlich schon mehr Stationen als ich gesehen und auch als viele meiner Zuhörer und Zuhörerinnen. Wie ist dann der weitere Ablauf? Ich bin dann da auf der Station angekommen. Wo melde ich mich? Wie kriege ich mein Zimmer? Wie läuft das ab? Also normalerweise hat jede Station ein Stationszimmer und dort meldet man sich dann. Also Inwood zentral und normalerweise ist es natürlich auch so, wenn man jetzt sich nicht so leicht zurechtfindet, da sind ja auch viele Pflegefachpersonen vor Ort und dann spricht man einfach jemanden an, stellt sich vor und ich bin hier zur Aufnahme und dann wird man auch darauf hingewiesen, es gibt manchmal auch einen speziellen Aufnahmeraum, also ein Zimmer, wo dann nochmal Untersuchungen stattfinden oder das Aufnahmegespräch auf Station. Genau. Und am Tag selbst, da kann es natürlich auch sein, dass der Arzt dann auch durchkommt oder eine Ärztin und da noch Untersuchungen anstehen. Ja. Und jetzt kenne ich ja die Situation auch. Also ich sag mal so, als ich meine MS-Diagnose bekommen habe, da war ich im Klinikum Neukölln. Das ist jetzt hier ein, wie sagt man so schön, ein De-Influencing, weil das war der absolute Horror. Echt? Ja, es war ein Achtbettzimmer. Es gab keine Toilette auf dem Zimmer, es gab ein Waschbecken hinter einem Vorhang. Also man musste dann auch immer über den kalten Gang laufen, um die Toilette zu benutzen. Und es war, also es war, also es war der absolute Horror. Wie kann ich, also worauf, was kann ich tun, damit es nicht ganz so schrecklich wird beim Zimmer? Habe ich irgendeinen Einfluss darauf, wie viele Leute in meinem Zimmer sind? Habe ich irgendeinen Einfluss darauf, wie die Ausstattung ist, die mir zusteht vielleicht auch als, ich sage mal, regulärer Kassenpatient? Also, ich kenne das jetzt so, dass es maximal drei Bittzimmer gibt. Okay. Und üblicherweise zwei Bittzimmer. Ich kenne natürlich auch die Diskussion, letztendlich habe ich schon die Hoffnung, wenn jetzt eine neurologische Klinik MS-Patienten aufnimmt, also wenn du dann auf so eine Station kommst, dass natürlich dann auch Ärzte und Pflegefachpersone wissen, auf was es angeht. Also, dass es nicht so stressig ist, mit Ruhe, mit Entspannung und so weiter. Und dass da auch ein spezielles Traumkonzept gegeben ist. Sagen wir mal so, ich kenne das jetzt eher so, also wenn, entweder ein Bittzimmer oder zwei Bittzimmer, üblicherweise. Auf drei Bittzimmer, aber das wird teils bei Neubauten, bei Klinikneubauten immer weniger. Wenn es jetzt aber darum geht, bin ich immer ein bisschen hin und her gerissen. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich ins Krankenhaus komme, da gibt es ja die Entscheidung zu sagen, ich will alleine sein, ich will Ruhe. Ja. Auf der anderen Seite, wenn ich in ein Zwei-Bittzimmer komme und ich habe jemanden, der ist schon länger im Krankenhaus, dann kann ich ja von ihm auch, sagen wir mal, Insider-Informationen bekommen oder auch Unterstützung und so weiter und Hilfestellung. Also ich möchte, ich von mir aus gesehen würde jetzt wahrscheinlich eher sagen, in ein Zwei- oder in ein Dreibittzimmer, weil ich dann weiß, es ist noch mal jemand da, mit dem ich mich unterhalten kann. Das kann auch eine sehr positive Erfahrung sein. Unterstützung, Motivation, auf der anderen Seite kann ich natürlich auch vollkommen verstehen, wenn jemand sagt, ich will für mich Ruhe, ich brauche das. Das heißt, wenn ich bei der Auswahl des Krankenhauses darauf achte, dass es eher ein Neubau ist, dann sind die Chancen höher, dass weniger Betten im Zimmer stehen. Kann man das so aus Haustregeln? Wenn man schon so, wenn du das so ableiten möchtest, natürlich. Ja, 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 weil das Krankenhaus in der Köln war sehr alt mit dem Abgrenzen und das Krankenhaus, das in der Charité, wo ich war in Berlin, das war super modern, der Bau und ganz hell und luftig und wirklich toll auch. Also das ist dann mal wieder Influencing hier an der Stelle. Die Neurologiestation an der Charité in Berlin fand ich wirklich, da war man gut aufgehoben. Es gibt ja, wenn man so ein Einzelzimmer will, habe ich letztens mal gesehen, konnte ich mir auch irgendwie so eine Zusatzversicherung kaufen. Also man konnte da extra bezahlen, dann hat man irgendwie auch einen Hotelservice, nannte sich das dann, glaube ich, da hat man noch so Handtücher und extra Bettwäsche und so weiter bekommen. Kannst du dazu was sagen? Bieten das Krankenhäuser an, dass man wie so ein Upgrade macht auf dem Einzelzimmer? Ja, genau. Also das sehe ich natürlich als Serviceleistung, dass man da, sind sogenannte Hotelleistungen, die manche Kliniken anbieten oder immer mehr. Ich kenne da auch verschiedene Angebote. Das ist ja dann verbunden eben mit der Bettenzahl, also ob ein Bettzimmer oder zwei oder mehr Bettzimmer und natürlich auch die Chefarztbehandlung. Und dann wird entsprechend dann auch Service gegeben mit Fernsehprogrammen, mit Opspop und so weiter und was du jetzt auch schon angesprochen hast. Letztendlich, wenn jemand solche Angebote nutzen möchte, gerne. Ich bin jetzt tatsächlich eher der, der sagt, ich habe jetzt keine Zusatzkrankenhaus-Zusatzversicherung. Wenn ich ins Krankenhaus komme, da bin ich einfach froh, dass ich gut betreut werde. Pflegefachpersonen, da sind Ansprechpartner, sind die Ärzte sich auskennen. Und letztendlich muss jeder für sich das auch wissen. Also ich kann es natürlich auch verstehen, ein Krankenhaus ist an sich sehr steril und eine Herausforderung, so viele Informationen, die auf einen einströmen, da kann es wirklich beruhigend sein und entspannend sein, wenn man auch in ein Zimmer kommt, das ein bisschen geräumiger ist, ein bisschen besser ausgestattet ist. Und gewisse Einnehmlichkeiten hat. Aber da möchte ich niemanden absprechen. Ich bin jetzt nicht so der, der das in den Vordergrund stellt. Was dazu gehört, was auch ein bisschen über unser Wohlempfinden im Krankenhaus entscheidet und worüber sich, glaube ich, auch die allermeisten Menschen beschweren, ist das Essen im Krankenhaus. Ein großes Thema. Wie kann ich quasi sicherstellen, dass zum Beispiel Nahrungsmittelunverträglichkeiten ernst genommen werden? Was mache ich, wenn ich Vegetarier, Vegan bin, wenn ich zum Beispiel eine bestimmte religiöse Diät befolge? Wie kann ich meine Versorgung da möglichst gut sicherstellen? Was kann ich vielleicht noch zusätzlich zu dem Essen machen, was ich da beim Krankenhaus auswählen kann? Also, das kommt jetzt darauf an, auf die Klinik. Aber ich kenne das jetzt tatsächlich so, dass immer gefragt wird. Da gibt es ja unterschiedliche Systeme. Entweder es geht eine Pflegefachperson durch und fragt, was gibt es für Essenswünsche. Und bei der Aufnahme wird schon gefragt in Bezug auf Gewohnheiten, ob jetzt vegetarisch, vegan und so weiter. Auch religiöse Hintergründe. Das ist im Laufe der letzten Jahre schon intensiv in der Ausbildung thematisiert worden. Kultursensible Pflege und so weiter. Dass es da natürlich auch darum geht, zu schauen, individuell auf die Menschen einzugehen. Essen ist ein wichtiges Thema. Fördert natürlich auch die Genesung, die Wundheilung nach einer OP zum Beispiel. Eiweißreiche Kost, vitaminreiche Kost. Inwieweit das dann immer wieder so umgesetzt werden kann, ist natürlich die Frage. Das weiß man auch. Aber da versuchen die Kliniken schon den Weg zu gehen, wo man das berücksichtigt. Aber es gibt natürlich auch so digitale Möglichkeiten, also über ein Tablet, dass man dort dann die Essensbestellung vornehmen kann. Ich hatte das tatsächlich mal in einem Krankenhaus, wo ich war, wegen einem anderen Thema. Aber da ist mir dann erst nach einer Woche deutlich geworden, weil meine Zimmernachbarin jeden Abend einen frischen Salat bekam. Und die hat einfach anstatt, es gibt da sonst so Mischbrot und Käse und Wurst sozusagen zum Abendbrot. Und die hat einfach das, also da gab es irgendwie einen special Trick, dass die da an Salat rangekommen ist. Und ich habe das dann tatsächlich auch umsetzen können. Aber lohnt es sich zum Beispiel zu solchen, sage ich mal, Wünschen? Lohnt es sich, sich da ans Pflegepersonal zu wenden und zu sagen, ich kann nicht zweimal am Tag Brot mit Stulle essen? Gibt es irgendeine andere Möglichkeit? Ja, auf jeden Fall. Also, sagen wir mal so, ich kann jetzt nicht für jede Station sprechen, aber ich habe natürlich jetzt da und dort schon... Kannst du nicht warten für jedes Krankenhaus in Deutschland? Aber ich habe schon so den Anspruch oder so das Gefühl, dass man da, was geht, möglich macht. Ja, ist natürlich jetzt auch durch die Organisation schwierig, also dass man wahrscheinlich dann im Vorfeld auch das bestellen muss. Also es geht jetzt nicht spontan, weil die Küchenzeiten auch begrenzt sind. Also rein organisatorisch muss man da realistisch sein. Aber wenn irgendwas umzusetzen ist, dann schon. Ja. Und wie sieht es aus mit selber Essen mitbringen? Manchmal gibt es ja einen Kühlschrank auf der Station, manchmal gibt es dann wieder keinen Kühlschrank. Wie ist es mit Lebensmitteln im Zimmer dann lagern, sage ich mal? Also es kommt immer auf die Station an. Also wenn ich auf einer Station bin, jetzt sagen wir mal Onkologie, da geht es ja auch viel mehr um Lebensqualität. Also ist natürlich klar, auf einer Chirurgischen Station auch oder auf einer inneren Station, wenn es zum Herzerkrankten geht oder Asthma und so weiter. Aber was ich damit sagen möchte, Kühlschränke und so weiter werden für Patienten schon zur Verfügung gestellt. Oder man kann auch gerne mal eine Pizza von außerhalb bestellen. Aber auf einer Chirurgischen Station, da ist ja das Infektionsrisiko immer erhöht. Und da will man dem einfach Vorkehrungen treffen. Also da wäre ich dann einfach vorsichtiger. Und wie sieht es aus, wenn ich zum Beispiel... Ganz kurz, weil ich war ja unter Uniklinik Freiburg in der Neurochirurgie. Und dort gab es ja ein Frühstücksbuffet und es gab ein Abendbuffet. Ah ja. Und das war für mich irgendwie schon überraschend. Und also für die Patienten, die mobil sind, die aufstehen können, war für mich schon eine geniale Geschichte. Ja, total. Das habe ich nie gehört. Und das mit dem Tablettsystem, dass man das ausgeteilt bekommt und so vorportioniert. Und dort konnte man sich einfach dann bedienen. Und sehr reichhaltig. Und man kann auch, ist das, sage ich mal, gern gesehen, es wird toleriert, dass man sagt, man hebt was auf, wenn man sein Essen jetzt nicht gegessen hat. Oder man nimmt die Sachen mit dem Abendbrot, macht sich eine Stulle, legt die auf seinen Nachttisch. Oder gibt es da irgendwie, sage ich mal, ungeschrieben Regeln, dass das nicht gern gesehen wird von der Pflege oder dass man das eher nicht machen soll? Wie ist das? Also, dass das jetzt nicht gern gesehen wird, kenne ich jetzt nicht so. Ja. Es geht ja um das Wohlbefinden. Es geht ja darum, dass man da die eigenen Gewohnheiten dann auch so wahrnimmt und das umsetzt. Ja. Was, aber das hat jetzt nicht mit normalen Patienten zu tun, ist immer so die Sorge, wenn jemand an Demenz erkrankt ist, ja, dass dort dann natürlich was vergessen wird. Man packt sich was ein und dann wird das dann, also da kann ich mir vorstellen, dass man da ein bisschen vorsichtiger ist und sein in der Pflegefachperson. Ja. Aber ansonsten spricht da nichts dagegen. Lass uns so ein bisschen, auch so Stichwort Komfort dazu kommen, was kommt denn in meine Krankenhaustasche rein? Ich meine, dass man sich, was weiß ich, frische Unterwäsche und eine Zahnbürste einpackt, ist, glaube ich, logisch. Aber was gehört in meine Krankenhaustasche rein und was sind vielleicht auch so Geheimtipps, um sich so ein bisschen gemütlicher zu machen, sage ich mal, im Krankenhaus? Also ich habe ja einfach mal eine Checkliste erstellt. Ich habe da recherchiert und stelle auch die Checkliste auf klinikompass.de zur Verfügung. Super. Die packe ich gerne in die Shownotes für meine Forderung. Und da bin ich jetzt auch dran, das weiterzuentwickeln, kann ich gerne auch nochmal erweitern. Also ich habe mir gedacht, ist natürlich ein Unterschied, ob jetzt ein Mann ins Krankenhaus geht oder eine Frau oder eine schwangere Frau, die ihr Kind erwartet, zur Geburt ins Krankenhaus geht. Oder da mache ich mir auch nochmal Gedanken, wenn jetzt du mit MS oder wenn ihr mit MS ins Krankenhaus geht, was ist da noch zu beachten gilt? Zum Beispiel, wenn jemand jetzt auf die Gehhilfe angewiesen ist oder die besonderen Medikamente oder Kissen und so weiter, dass man bequem liegt. Das kann ja schon eine wertvolle Hilfe sein oder Bücher so in die Richtung irgendwas, was auch Kraft gibt. Vielleicht gibt es da irgendwie einen Gegenstand, so einen Glücksbringer, wo einem so hilft, durch die Krankenhauszeit besser durchzukommen. Ja, was ich noch hinzufügen möchte, sind Oropax und Schlafmaske. Also ich bin extrem lärmempfindlich und ich bin immer im Zimmer gewesen mit Menschen, die wirklich Holz sägen nachts. Also so, dass das Bett wackelt, so laut schnarchen. Ich meine, ich habe mich da einmal sogar schon verlegen lassen, weil das war so laut, also ich kam halt gar nicht zur Ruhe. Das war unmöglich, da neben der Person zu schlafen. Und Schlafmaske, auch wenn man zum Beispiel dann tagsüber einfach mal schlafen will und nicht gestern wachen will und das hell ist. Wie verhält sich das mit Kopfhörern? Ich weiß, die werden einem ja nicht mehr kostenlos gegeben. Wie funktioniert das bei den meisten? Also ich kenne das jetzt eher so, wenn jemand Kopfhörer hat, dann bringt er die oder bringt er die einfach von zu Hause aus mit. Ich meine jetzt für den Fernseher, weil da ist ja auch immer ein Fernseher eigentlich. Und das ist dann wie so ein Flugzeug, so ein bestimmter Stecker. Achso, da stimmt natürlich, genau. Dass man da die Kopfhörer, aber ich kenne das jetzt tatsächlich, also das werden die einzelnen Kliniken, die organisieren das wahrscheinlich anders. Also normalerweise bekommt man so einen Eimer oder so einen Kopfhörer, der eingepackt ist, so ziemlich günstig. Aber manche stellen das aber auch kostenlos zur Verfügung. Das kommt immer drauf an. Und tatsächlich kann es sein, dass man da einen Unkostenbeitrag bezahlen muss. Aber es spricht da nichts dagegen, wenn man so einen Kopfhörer hat mit dem Stecker. Das ist ja so ein Universalstecker, dass man so einen Kopfhörer nicht kaufen muss von der Klinik. Und man hat ein ganz anderes Klangerlebnis. Ja, du hast jetzt gerade schon Medikamente erwähnt, dass ich die mitbringen soll. Aber ich habe das dann auch schon erlebt, dass ich meine Medikamente dann übers Krankenhaus bekommen habe und gar nicht meine eigenen Medikamente mitnehmen musste. Wie ist denn das? Werde ich versorgt im Krankenhaus mit meinen Basismedikamenten? Also ich möchte da unterscheiden, aus welchem Grund man ins Krankenhaus geht. Also entweder ich gehe wegen MS ins Krankenhaus, um nochmal weiterhin medikamentös eingestellt zu werden. Kortisons zu bekommen meistens. Genau. Oder ich gehe mit MS ins Krankenhaus. Und ich gehe jetzt mal davon aus, eine ökologische Fachklinik, die hat alle Medikamente parat. Und wenn ich aber jetzt zur OP oder sonst was, was mit MS direkt nicht zu tun hat, aber ich habe meine Erkrankung, die ich mitbringe, dann rate ich immer dazu, immer zu schauen, ob jetzt MS oder Diabetes oder eine andere Erkrankung. Weil die chirurgische Klinik, die ist jetzt nicht immer so auf die speziellen Medikamente ausgerichtet. Und bevor dann lang organisiert werden muss, gesucht werden muss, dass man einfach kundenärlich die Medikamentengabe fortsetzen kann. Ja, sehr, sehr guter Hinweis auf jeden Fall. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ganz, ganz vielen Menschen geht es so, dass sie einfach nicht so gut schlafen können im Krankenhaus. Ich weiß nicht, ob du das auch schon erlebt hast auf den Stationen, aber es ist irgendwie immer so ein Thema. Was kann ich da machen? Kann ich vielleicht auch mal Schlafmittel bekommen auf der Station? Hast du da irgendwelche Tipps, Empfehlungen und vielleicht auch so, was geht und was geht nicht? Und darf ich den Notfallknopf drücken, wenn ich nicht schlafen kann? Also letztendlich klingeln, würde ich jetzt sagen, weil Schlaf ist ja auch wichtig für die Erholung, für die Genesung, für den Krankenhausaufenthalt, dass man da gut durchkommt. Deswegen finde ich schon gut, dass man sich meldet. Man hat Probleme mit dem Schlafen. Und ich wäre jetzt, also auf der einen Seite, wenn es jetzt um Oropax geht oder so, was du auch selbst gesagt hast, sowas würde ich dann verwenden. Dann auch Zimmer abdunkeln oder das mit der Augenmaske unterstützt ja auch das Schlafen ungemein. Mit Schlafmedikamenten, wenn das jemandem hilft, kann man natürlich auch verlangen, aber da wäre ich immer wieder vorsichtig, weil es ja zum Überhang kommen kann. Oder auch die Medikamente, die dann auch mit anderen Medikamenten eine Wechselwirkung eingehen. Also wenn man nicht anders in den Schlaf kommt, dann kann man schon Pflegefachpersonen, Ärzte darauf ansprechen. Aber ansonsten, so Grundsätze, die man ja kennt, die gelten natürlich auch im Krankenhaus. Also dass man jetzt am Abend nicht zu viel isst oder solche grundsätzlichen Dinge oder nicht zu spät trinkt oder auch im Fernsehen schauen oder am Handy einfach so ein, zwei Stunden vorm Schlafen gehen, dann auch alles weglegen, um da zur Ruhe zu kommen. Oder eine Entspannungsmusik da in die Richtung. Es ist natürlich klar, Krankenhausumgebung ist immer eine Herausforderung. Geräte können piepsen, ja, Infusionen, diese Geräte, wo dann Infusionen drüber laufen oder Nachbarn, Patienten können stören. Also da muss man einfach dann, ja, wenn es jetzt über eine gewisse Zeit hinweg geht, ich habe tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, wie du, ein Mitpatient hat geschnarcht, da habe ich ja auch dann die Möglichkeit bekommen, in ein anderes Zimmer zu kommen. Und das wäre jetzt auch so meine letzte Frage, aber ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz schön große Frage. Und das geht so ein bisschen um diese, sage ich mal, das Miteinander von Patienten und Pflegepersonal. Denn man hört natürlich auch gute Beispiele und sagt, die Pfleger, die Pflegerinnen waren total süß, die haben sich gut um mich gekümmert, die waren total reizend und lieb. Aber ich glaube, wir alle haben auch schon das Gegenteil erlebt. Ja, und sind an jemanden geraten, der extrem barsch war, der uns vielleicht ein bisschen an den Karren gefahren ist, weil wir Bedürfnisse hatten, die die Person, der Pfleger, die Pflegerin nicht erfüllen konnte, wollte. Wie ist vielleicht auch du, der du ja eher aus der Richtung Pflege kommst, aber auch als Patient drauf geblickt hast, auf diese Zusammenarbeit, sage ich mal. Worauf darf ich als Patient achten, um die Zusammenarbeit und zusammen sein, um das gut zu gestalten? Aber was darf ich durchaus auch erwarten? Und wann geht das Pflegepersonal auch zu weit? Und ich darf mich auch beschweren zum Beispiel? Also ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite bin ich natürlich jetzt mit klinikompass.de unterwegs, Patientenvertreter, Patienteninitiative. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch die Perspektive der Pflegefachpersonen, die unter Stress stehen, Fachkräftemangel und so weiter, was man kennt. Also da hoffe ich natürlich auch auf Verständnis, wenn da manche Pflegefachpersonen nicht so sich verhalten, wobei ich manchmal auch sage, man kann es nicht immer entschuldigen. Ja, also was ich wichtig finde, dass wir auf der einen Seite als Patienten verstehen, es gibt die Situation im Krankenhaus, der Stress auf der anderen Seite, dass es um unsere Gesundheit geht. Also ich sage immer gerne so einen gesunden Egoismus. Es geht um unsere Gesundheit, dass wir dann auch aktiv werden, dass wir unsere Rechte einfordern, unsere Rechte auch kennen. Also es gibt ja Patientenrechte und da gehe ich in meinen Vorträgen auch immer wieder darauf ein, dass wir unsere Patientenrechte kennen, dass wir auch gut informiert sind und was ich mir auch wünsche, dass wir als Patienten auch als Expertin, als Experte unserer Krankheit wahrgenommen werden. Und da bin ich dran. Und sagen wir mal so, wenn man jetzt spürt, es läuft nicht so gut mit der Kommunikation, man wird nicht wahrgenommen, es gibt viele im Krankenhaus, die Ansprechpartner sind, wie die Patientenfürsprecher in Kliniken. Also jede große Klinik hat einen Patientenfürsprecher oder eine Patientenfürsprecherin, mehrere Ansprechpartner, wenn es zu Konflikten kommt, zwischen Ärzten und Pflegefachpersonen. Also das wäre schon mal eine Anlaufstelle. Und was es auch sein kann, eine große Hilfe, Besuchsdienste, um den Alltag zu erleichtern, wie die grünen Damen und Herren, die da auch ein Gesprächsangebot liefern, also ein offenes Ohr haben, um über Sorgen zu sprechen. Was ist das für ein Besuchsdienst? Es hat jetzt nichts mit den Grünen zu tun oder mit der Partei, sondern das sind ehrenamtliche Frauen und Männer, die es in vielen Kliniken in Deutschland gibt, die zu einem ins Zimmer kommen und fragen, wollen Sie mit mir sprechen? Oder kann ich Ihnen was bringen? Zum Beispiel ein Buch oder kann ich Ihnen eine Besorgung erledigen? Und wenn man da spürt, man fühlt sich unwohl im Krankenhaus, da kann es auch gut tun, dass Sie ein offenes Ohr haben und ins Gespräch mit einem gehen. Also grüne Damen und Herren, die Patientenfürsprecherinnen. Und letztendlich finde ich aber auch wichtig, wenn man das Gefühl hat, irgendwie läuft es nicht richtig, dass man natürlich dann auch vertrauensvoll auch mal so die Pflegefachpersonen anspricht oder die Ärzte. Hören Sie zu, ich habe so das Gefühl, das. Oder mir ist aufgefallen. Und dann kann es ja sein, dass sich dann auch eine Pflegefachperson erklärt. Ja. Und vielleicht hat sie es gar nicht so wahrgenommen oder anders wahrgenommen. Ja. Genau. Weil ich habe schon das Gefühl, dass da teilweise, also es macht mich manchmal so traurig, weil ich denke, die Pfleger und Pflegerinnen fühlen sich von den Patienten nicht gewertschätzt, die Patienten fühlen sich von den Pflegern und Pflegerinnen nicht ernst genommen und man hat so das Gefühl, das wird eigentlich irgendwie immer schlimmer, dieses Miteinander. Und es macht mich total traurig, das zu beobachten und ich weiß nicht, wie wir das irgendwie lösen können sozusagen. Denn die fehlende Wertschätzung geht ja meistens nicht von den Patienten aus, sondern eher von dem System, was dafür sorgt, dass Pfleger und Pflegerinnen einfach völlig überarbeitet sind und teilweise auch ihren Pflege, auch ihren Wünschen an ihre eigene Arbeit gar nicht mehr nachkommen können und den Ansprüchen an die eigene Arbeit nicht mehr nachkommen können. Und das macht einen natürlich bitter und grantig und zornig, aber das dann an den Patienten und Patienten dann auszulassen, ist natürlich auch nicht der Sinn der Sache. Ja, also die Wahrnehmung, ich kann es nachvollziehen. Ich kann es natürlich sagen, ich habe es anders erlebt und ich erlebe da und dort natürlich schon als Berufsschullehrer einige Situationen, wo man besser machen kann. Ich erlebe aber viele Situationen, wo es gelingt. Und auch, dass wir im Unterricht jetzt auch versuchen, zu Perspektiven wechseln. Zum Beispiel, dass man auch mal in die Rolle von Patienten schlüpft, dass man einfach was sich spürt in Beratungsgesprächen und so weiter. Ich habe vor kurzem auch eine Unterrichtseinheit zum Thema Hilfestellen bei der Körperpflege durchgeführt. Dann haben sich Auszubildende gegenseitig ein Handbad durchführen können oder Zähneputzen und so weiter, was es bedeutet, abhängig zu sein, hilfsbedürftig zu sein, dass man sich da auch gut reinversetzen kann. Aber die Idee habe ich ja mit Klinikum-Pastein. Wenn wir als Patienten mehr wissen über uns, wenn wir wissen, was haben wir für eine Krankheit, Arzneimittel, welche nehmen wir ein, wie nehmen wir sie ein und so weiter, was muss in die Tasche, wenn ich vorbereitet ins Krankenhaus gehe, wenn ich weiß, was ich selbst dazu beitragen kann, dass mein Krankenhausaufenthalt gelingt, dass dann viele Komplikationen nicht auftreten, wie zum Beispiel Infektionen oder Blutungen und über den Weg dann auch Ärzte und Pflegefachpersonen wieder mehr Zeit haben. Ja, die werden auch entlastet, das stimmt. Gibt es noch zum Abschluss einen letzten Tipp, den du meinen Hörern und Hörerinnen mitgeben magst, wenn vielleicht ein Krankenhausaufenthalt ansteht oder ein genereller, ja, ein genereller letztes Wort? Also, sagen wir mal so zwei Tipps. Der eine Tipp, so auf der emotionalen Ebene, wenn man ins Krankenhaus geht, immer jemanden, den man gut kennt, eine vertraute Person mitnehmen, die einen unterstützt, Hilfestellung leistet. Das kann schon die Aufnahme ins Krankenhaus erleichtern. Stimmt. Und dann rein praktisch, weil, sagen wir mal so, wenn ich es richtig weiß, ihr habt ja Medikamente in Richtung Immunsuppression, in Bezug auf Kortison und so weiter. Das Thema Hygiene, Infektionsgefahr ist ein großes Thema. Okay. Und dass man da auch viel dazu beitragen kann, also das klingt jetzt vielleicht sehr direkt, aber ich sage jetzt mal so, Hände schütteln sollte man heutzutage nicht mehr. Okay. Auch jetzt insbesondere nicht im Krankenhaus. Es gibt manchmal, man hat so dieses Händeschütteln so als Beziehungsaufbau, so kennenlernen oder Hallo sagen. Und die Hände sind der hauptsächliche Übertragungsweg von Erregern, von Keimen. Und wenn man Händeschütteln bei der Aufnahme und im Krankenhaus vermeidet, da kann man schon viel dazu beitragen, dass man gesund bleibt. Danke. Ein einfacher Tipp. Und ja, vielen lieben Dank für deine Zeit an der Stelle, Martin. Wir packen natürlich euch die Packliste fürs Krankenhaus hier in die Shownotes rein. Dann könnt ihr euch nochmal auf klinikkompass.de umsetzen. Ich danke dir für deine Zeit und natürlich auch für deine Arbeit mit dem Klinikkompass und als Lehrer. Und ja, hoffe, dass sich die Arzt, die Patienten- und PflegerInnenbeziehung in Zukunft einfach noch ein bisschen weiter verbessert. Und dass ihr alle, die ihr zuhört, sehr gut über euren nächsten oder durch euren nächsten Krankenhausaufenthalt kommt. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.